hey leute was gab willkommen zu einem neuen video heute mache ich eine echt krasse challenge pro kill muss ich mir was kaufen aus dem item shop und wenn ich einen win hole dann ist die challenge geschafft und ich muss das hier gewinnen auf jeden fall und wenn ich das da verliere dann könnte es echt teuer für mich ja wie ihr seht habe ich schon die bugs aufgeladen ok leute endlich in der runde angekommen jetzt jetzt will ich euch noch was sagen schreibt q und in die kommentare was los und danke für die 150 abonnenten ihr wisst gar nicht was passieren wird es ist so geisteskrank bei 200 abonnenten über die gta spüren und deswegen macht die 200 voll macht die 200 von leute dann werde ich natürlich gta spielen und ich werde es mir kaufen müssen weil ich habe auch kein gta ja und ich werde das sicher mit freunden spielen oder was weiß ich aber ich werde euch versprechen mit 200 abonnenten werde ich das machen und jetzt beginn wir mit der challenge wir gehen direkt richtig offensiv runter und bei 1k spiele ich mit paar freunden in real life fortnight ich weiß es hört sich verrückt an aber ich bin in real life fortnight ich habe gar keinen bock jetzt geht es zu machen da muss ich was kaufen ich habe 10 kids und da kann ich bin ich mal habe ich nicht mehr genug geld um mir nicht mehr genug w-bucks und das alles zu kaufen und ich bin jetzt zu dieser 1300 schon benutze ich laden dich noch mal noch mal auf weil ich habe zehn jährige das video keinen bock im weg zum zu bringen von bodega chill ich habe ich die frage schilder ich ausmacht so brett um mein gott ich muss ja okay extra was sie schon entspannen damit gehe ich einfach drauf so weg mit dir und ich bin natürlich so dass es nur dass ich merke jetzt machen kann ich weiß ich habe keine wahl ich weiß nicht dass ich den spitzen auf ihre buch mal durch die kasseste scheiße ich muss die sachen kommen ach scheiße was tue ich mich ja haben weggen Was tue ich mich hier an, Leute? Digga, einfach Geld futsch gegangen, Alter. Einfach nur für YouTube-Videos. Junge, alle, wo das sehen, lass mal ein Abo da auf Ehre, Alter. Guck mal, was ich alles für euch mache, Junge. Okay, ich hoffe, jetzt kommt keiner, weil wenn ich jetzt sterbe, dann. Naja, ihr wisst, was passiert, wenn ich jetzt sterbe, dann muss ich noch ein Kill kaufen. Also, noch Sprachen lernen. Wisst ihr Deutsch? Ey, muss ich noch ein Skin Plus kaufen, weil ich verloren hab. Und es ist so schmerzhaft. Ich wollte eigentlich den nächsten Battle Pass haben, aber wenn ich so weitermache, dann hab ich so, dann gibt's kein Battle Pass mehr für mich, sondern ein Battle Pass. Du bist nicht lustig. Nein! Boah. Gar kein... Scheiß Bock. Oh, Leute, schreibt mal in die Kommentare, muss ich... Muss ich, äh, Dings da schreiben, wie heißt's doch mal, äh... Muss ich diese Hashtags machen, oder muss ich nicht die Hashtags machen? Weil ich weiß nicht. Hier ist diese... Äh, ich hab... nur noch einmal... Ich hab einmal mein ganzes Leben ein YouTube-Video hochgeladen, aber ich kenn mich hier nicht... äh, gut aus, oder? Ich weiß nicht mal, wie man vorbein spielt. Okay, ich denke, wir gehen erstmal in die Zone. Oh mein Gott. Vier Kills. Das ist so unschmackhaft. Also, natürlich schon schmackhaft, aber auch unschmackhaft halt. Wegen. Oh nein. Gott, mach das nicht nach, Kinder. Kauft euch, was sie haben wollt, aber macht das einfach nicht nach. Macht das nicht nach. Weil sonst bekommt ihr Ärger von euren Eltern, dass sie... dass ihr damit so scheiße gemacht habt. Auch wenn eure Eltern das vielleicht nicht bemerken, tut's einfach nichts. Hier haben wir ein Lieblingswaffen. Dann zerstöre ich. Damit werden... Leben... Gickschild, Alter. Mit diesen Waffen bin ich so gut. Ich bin Hacker, Alter. Würde ich halt die Fighters sehen. Was ist denn... Ich weiß gar nicht mehr. Oh mein Gott. Wichtig. So wichtig. Was mache ich? Was mache ich hier? Warte, ich kann nicht snipen, aber spam kann ich. Prozent vor und das ist so wichtig und so hat sich auch nicht gebrochen können immer wie viel gut sind schaff ich eh nicht mehr ich hab eins ich denke noch diese Runde werde ich schon nichts mehr haben mal da ich wurde wirklich gefeitet was gehört ich habe nichts gemacht was ich bin scheiße was mache ich nein er ist gestorben aber ich bin zu low ich bin normal zu aber sechs kids ich denke das hat mir jetzt nicht zu viel gebraucht ähm ja dieses Dings da könnte ich vielleicht gebrauchen ähm ja sechs kids natürlich easy ich bin so schlecht mit diesem Hammer aber er erst dann das okay das habe ich schon mal gemacht aber ich habe ich habe haben ich habe stärker oder wie red ich oder ich habe es noch wieder gesagt ich habe ich habe doch gerade eben was gehört ich habe doch gerade eben was gehört wahrscheinlich gibt jetzt jemand diese äh Hero Academia oder ja dann war doch irgendwie jemand oh mein Gott ich habe halt nicht 100 km h der das ist das ist das ist das ist wie das ist Soll ich direkt verfolgen? Ah, der Motorrad ist hier. Der zieht sich immer in die Richtung. Ne, richtig. Okay. Boom. Happen. Jetzt erstmal 100 Sachen holen. Wie viele Kills hat sich wartet? 6 Kills, ich muss 7 Sachen holen. Scheiße. Ich denke, ich habe jetzt wieder genug B-Bucks, um 7 Sachen zu holen. Ey, diese Challenge ist zu krank, Leute. Mann. An dieser Stelle ist jetzt schon das Video. Ich kann nicht mehr... Danach... ...eine ist es einfach, so kurz ein... ...zirn und frei, aber es ist einfach... ...zirn und frei, aber es ist einfach, so viel zuhör, dass das Ding ist. Das ist schrecken, ich kann nicht mehr, aber es ist ein kleines Gehirn. Musik Musik Wart mal Ich hab jetzt noch 4 Okay Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt 7 Sachen gekauft, falls ihr denkt, nee, Brode hat der Brie nicht Ich zähle jetzt extra noch nach 1 2, 3, 4, 5, 6 7 das war's mit dem Video Leute und viel Spaß mit dem Lied und ich hoffe es hat euch gefallen und auf jeden Fall guckt natürlich auch alle meine Edits an und like und abonnieren nicht vergessen